Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft Hallo Leute, heute spielen wir das zweite Mal gegen die Franzosen und diesmal bin ich dabei. Mit meinen Fingern geht es besser und ich freue mich schon aufs Spiel und werde alles geben. Natürlich könnt ihr das live auf der DBB-Seite sehen und ich hoffe, dass ihr alle zuguckt und ich hoffe, dass ihr uns anfeuert. Das war's für dich! 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 the das war's für 썸모 убий Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020